Willkommen zurück zu Star Wars Outdoors. Wir machen jetzt die verschlungene Insel. Mal schauen wo wir die Insel hier betreten können. Ich muss mal hier ein Stück rumpaaren, muss mal einen Spot finden, wenn wir hier reinkommen. Neue Scherzposition. Boah, was geht bei dem? Ob man hier bald langfahren kann, war komplett falsch. Der ist aber einmal rumherum gefahren, wobei hier drüben waren wir noch nicht. Ist das hier bloß eine Schwanze? Ja, dann machen wir dort rein, wo der Kunde auf uns geschossen hat. Jetzt hängt der an. Alter Schwede. So, die verschlungene Insel. Was wird denn generell hier gesucht? Wo ist es denn hin? Wo ist die Mission hin? Wir haben da gar nichts gemacht. Oder geht es ja einfach nur um den Schatz, den ihr finden müsst. Sorry, wenn ich das Video jetzt gerade ein bisschen aufhalte. Kishumi. Versperre das Tor. Torcode. Shura. Kishumi, okay. Na, dann suchen wir halt den Schatz. Können wir nochmal einen Spot finden, wo wir uns wahrscheinlich hier hochhangeln können. Mir geht's gut. Mir geht's gut. So, ein Datenblock, super. Ist schon der Schatz da was? Achse. Glockenze. Lass uns. Glockenze. 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 Und dann SSG. Glockenze. Schrafen. Ja, ich benutze. Engelze. Du! Du! Und dann. Du! Du! Das ist echt sooo schwierig jedes Mal. Oh man, jedes Mal ist das nur Glück. Schatz geborgen, verschlungene Inseln. Das ist einfach nur ein Anstrich. Noch mal kurz in die Map und wir haben es abgeschlossen. Haut ein Like und ein Abo raus, ansonsten haut rein.